Dort habe ich ein Ritual unterbrochen und ihn getötet. Dann habe ich seine Leiche mit latander Gnade in einem Ritual der Sterne zu stecken unserer Truppe geläutert. Ich wollte nur unsere Leute beschützen. Ein Gegenstand, ein Ring, war nicht in Imo-Rees Besitz. Und ihr wartest, der mich in den Wald geschickt hat, wo die Untoten auf mich gewartet haben. Ich glaube bei euch nicht. Das ist eine tolle Geschichte, aber nicht gut genug. Erzählt mir eine andere und lasst sie diesmal wahr sein. Warum habt ihr mir das nicht früher gesagt? Dafür, dass ich euch um den Kultisten gekümmert habe, bevor irgendjemand zur Schale gekommen ist. Dafür habt ihr meinen Dank, Junia. Nehmen wir die 1. Auf der Gnade, ihr hättet euch da nicht einmischen sollen. Ja, ich habe die Gegenstände gestohlen, damit sie mir helfen würden, meine Zauber auf die weinweige Leiche abzustimmen. Imo-Rees hat mich entlarvt. Ihr werdet schon aus der Arme schlug ich ihn und ich werde dasselbe mit euch machen. Jeder steht und beschützt mich. Jeder steht und beschützt mich. Alles tot hier alles tot. Was ist das? Ein hochwertiger, mittlerer Schild und eine Keule plus 1. Okay. Gut, dann kann ich jetzt rausgehen und den Regal abgeben. Wir haben die Heizkette meiner Schwester gefunden. Ihr habt sie, lasst mich sehen. Ja, das ist ihre Kette. Wo habt ihr sie gefunden? Die Priesterin Junia war nicht diejenige, für die sie sich auskam. Sie hat die Kette als Heizkette gestohlen, um eure Schwester als Zombie wiederum verstehen zu lassen. Ich habe mich um sie gekümmert. Das ist schrecklich. Nächstes wurde Kendra gerecht und ihr habt ihre Heizkette gefunden. Was habe ich in der Tat? Hier ist sie. Danke für alles. Eure Namen nerven an mir, ich meine, ihr schert euch zu sehr um das Urteil anderer. Das macht euch schwach. Was andere über mich denken, ist nicht von Bedeutung. Ich bin derjenige, der mit den Konsequenzen meiner Taten leben muss. Meine Taten sollen mir und der Welt zugutekommen. Ihr glaubt, ich sei schwach wie Konia. Redet weiter, ich zeige euch Schwäche. Hm, vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Ich habe meine Geschäfte mit Tarantis abgeschlossen. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, gut. So weit, so gut. Obwohl die Magie des Steins ein Ende gesetzt wurde, dreht sich noch immer in der Magen, wenn du ihm zu nahe bist. Okay. Dann können wir uns erstmal hier rauskorten. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Die verzweifelten Beschützer. Ich will aber wissen, was passiert, wenn ich mich mit der anderen da anlege. Äh, nein, hier will ich hin. Es sind zwar recht viele Kreuzlitter, Kreuzritter in diesem Lager hier, aber... Ein Überraschungsangriff von irgendwo hinten heraus würde hier alles ziemlich schnell in den Schud und Asche legen können. Ich habe gehört, ihr habt ja auch mir gesucht, Zauberin. Hier bin ich. Wenn ihr einen Kampf wollt, könnt ihr ihn gerne haben. Es ist die Baal-Bru zu mir, Kreuzlitter, greift die Brut, wie sie lebt. Ja. Ja. Das ist mir doch zu viel des Guten. Wobei, kann ich noch einen laden, wo ich noch da drin bin? Ja, hier kann ich den laden. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Khalid steht hier drüben. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Mein Freund, ihr seid zurück. Mein Freund, ihr seid zurück. Ich habe mit Tessie über unsere Verteidigung und mit Hügelschneidung über unsere Vorräte gesprochen. Was denkt ihr? Ich habe über unsere Vorgehensweise nachgedacht, Khalid. Ich weiß, wie wir mit dem Kreuzlug umgehen sollten. Ich wollte mit euch Rücksprache halten, während wir weitere möglichen Optionen abwägen. Wir hatten den Kreuzlug weiter in den Schach, aber es läuft jetzt die Zeit davon. Beide euch, mein Freund. Ja. Wofür habt ihr euch entschieden? Je länger wir warten, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Kreuz zur Verstärkung hält. Es ist halt jetzt Zeit, den Feind anzugreifen. Ich habe unserem Feind studiert, ich glaube, dass wir uns mit ihm einigen können. Ich schlage vor, dass er mit mir kommt. Wir werden zur Zugbrücke gehen, um meine Kapitulation zu verhandeln. Ich werde sehen, ob ich eine friedliche Aufgabe in der Burg aushalten kann. Ich werde ja leider auf der Zugbrücke sein, aber sorgt dafür, dass eure Kämpfer für den Feind der Fälle gewappnet sind. Aber die Vorräte, wir dürfen nicht zulassen, dass sie in die Hände des Kreuzlugs umfallen. Ich habe noch einiges zu tun. Warte mal, ich sollte vielleicht doch erst noch mal mit dem Magier wegen der Verteidigung sprechen. Jetzt, da ich die Gelegenheit dazu habe, das habe ich nämlich gar nicht gemacht, fällt mir gerade so ein. Ihr habt euch ansteigt gegen Wurzweiden, dafür danke ich euch. Nicht der Rede wert, nun, in Wahrheit war es doch mehr, aber Opfer müssen einmal gebracht werden. Damit habt ihr recht, ich muss mit der Befestigung unserer mystischen Verteidigung fortfahren. Nehmt wohl, müssen wir uns wieder über den Weg laufen. Du hast recht bei uns. Für das, ich danke dir. Okay, also er hat nichts zu sagen. Das heißt, wir haben nur die Wahl, auf die Brücke zu gehen. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Mein Freund, Sie zurück. Ja, ich habe gesprochen. Mein Freund, Sie zurück. Ja. Aber die Vorräte. Ihr Kügelsteiner hat mir versichert, dass die meisten Vorräte zerstört werden. Können wir von der Kreuzung die Burg betreten. Wenn Sie merken, was wir getan haben, sind wir schon über alle Berge. Wenn ihr sicher seid, sobald ihr mit den Verhandlungen verhören, werdet ihr die Sache bis zur Ende durchziehen müsst. Ist die Zeit dafür gekommen? Ja, ich werde mit den Verhandlungen beginnen. Wir werden bereit sein. Ich werde einen meiner Zutaten ausrufen lassen, dass wir aufgeben wollen. Viel Glück, mein Freund. Hallo, Kreuzhüter. Wir sind bereit, unsere Kommunikation zu verhandeln. Sie wollen sich ergeben. Holt den Bargäst. Ich bin der Bargäst. Ich habe die Ehre, Kommandant des Blindenweißen Bataillons zu sein. Wer spricht für Brücken vor? Ich brenne euer Spreche für das Vor. Brenne euer hier? Ich wurde gesagt, dass ihr euch ergeben möchtet. Wir würden es in Betracht ziehen, unter den richtigen Bedingungen. Die Verteidigung vom Brückenfort haben genug gelitten. Lasst sie gehen und das Vor, da ist der Rinn, soll euch gehören. Ich fürchte, ihr wurde falsch informiert. Ich habe euch gerufen, um euch die Chance zu geben, sich zu ergeben. Äh, nehmen wir mal die 1. Die Verteidiger werden alle Vorräte zurücklassen, aber ich und eine kleine Gruppe meiner Wahl werden unsere Waffen behalten, um die Sicherheit der Verteidigung zu gewährleisten. Äh... Tut dies, und es wird weder euch noch ein Anhänger Schaden zugefügt. Ich schwöre es auf die Ehre meiner Dame. Nein, könnt ihr nicht, Kalar. Die schweinende Frau hat mich angewiesen, Brückenforts Vorräte einzunehmen. Diese Ragebombin ist genau das. Ihre Presence verändert Dinge. Ihr versteht nicht, ihr könnt das nicht machen. Es ist schon getan, Ola Neros. Wenn ihr ein Problem damit habt, wendet ihr euch an Kalar, wenn wir nach Drakenspear zurückkehren. Für heute, aber ich bin in Kommandung und ihr werdet mir gefeiert. Es ist schon getan, Ola Neros. Wenn ihr ein Problem damit habt, wendet ihr euch an Kalar, wenn wir nach Drakenspear zurückkehren. Ihr mögt auch mich hier durch das Koman und werdet mir gefeiert. Natürlich. Seht die Zubrücke, der Kampf ist vorüber. Eigentlich will ich nicht, dass es so endet. Gehen wir nochmal zum Autosave zurück. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum klar. Jetzt gehe ich erst einmal portet mich raus und gehe zurück zu unserem Lager. Bringen wir doch mal lieber den Feind in Bedrängnis. Also erstmal muss ich mich um die Halb-Orks kümmern. Wie ihr wünscht. Die dort rumschleichen, die bei uns im Lager rumschleichen. Dann muss ich unsere Armee mal zusammentrommeln, dass wir auf die Ewa-Fan-Brücke marschieren. Ihr enttäuscht mich. Ich dachte, dass ihr Macht sought. Jetzt lerne ich, was ihr wirklich gebraucht habt, ist die Entschuldigung von diesen unnötigen Noten. Viel weniger Entschuldigung. Ihr enttäuscht mich, Bringen. Ich dachte, ihr strebt nach Macht. Jetzt erfahre ich, dass ihr euch in Wahrheit nach der Anerkrankung der Unwürdigen, der wahrlich Belanglosen seht. Ihr achtet es als Schwäche, wenn andere glauben, ich sei eine gute Person. Falsch gedacht, das Vertrauen anderer zu genießen hat großen Wert, denn sie ahnen nichts, bis es zu spät ist. Ich bin beeindruckt, ihr seid verschlagen, als ich es euch zugetraut hätte. Ihr solltet jedoch wissen, dass ihr durch die Offenbarung eures Waren ist jegliche Chance verschielt habt, mein Vertrauen zu gewinnen. Ich beobachte euch, Bringen. Momentan gefällt mir, was ich sehe. Also gut, gehen wir jetzt noch zurück zum Lager. Und dann speichern wir es mal wieder. Wer hat den Troll eingeladen? Wie kann ich helfen? Worum geht es das, die uns ordentlich verdächtigen? Ja? A team like this can't be beat. I'll recover. Ach stimmt, ja, sie trägt ja gerade nicht das Glühwürmchen. So. Jetzt aber. Ja? Wie ihr wünscht. Gut, dürfen wir jetzt zu so einem Lager zurück? Auch deine Surface-Dwellers müssen schlafen, nicht wahr? Langweiliger Kieferlein, Schadenstich von Elch. Okay. So, das ist jetzt Nummer 11, oder? Ja. Let's play 011. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay.